Dankeschön! Dankeschön! Auf vielfach ein Wunsch mit ein bisschen Volkslied Weisheit von einem uns wohlbekannten Genossen. Ich wette er hat, ah ne, nach Punku ist er gekommen, aber wahrscheinlich hat er an Spannung gewohnt damals. Bolle weiste ihn zu fixen, nach Punku war sein Ziel. Da verlor er seinen Jüngsten, kam plötzlich in Gewühl. Ne, volle halbe Stunde hat er nach ihm gespielt, aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Und dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Oh, zu Banken gab's kein Messer, Tata, zu Banken gab's kein Bier, aber auch war die Sauke, auke, auf die Fresse von denen heute hier. Why's meine Mutterskunde hat er nicht wieder lieb. Tata, die Semi ēt. Tata, die Semi ēt. Und dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Ab demnoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Tata, die Semi ēt. Tata, die Semi ēt. Auf der schönen Holzer Heide, da gab's denn keine Reihe. Volle, gar nicht feine, war mit dem Mann dabei. Das Bessere ausgebissen, unterbring, weißer Kiel, da der reizigte Vorne. Köstlich hab ich siehe, aber der reizigte Vorne. Köstlich hab ich siehe. Das Feuer ist jetzt ganz gut, das Feuer ist jetzt ganz gut. Es fing schon an zu tragen, als ihr uns ein Heid verbliebt. Das Stemp war ohne Tragen, was da sein Bein zerknippt. Das linke auf dem vierten, das rechte formuliert. Aber dennoch hat sich Vorne ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Vorne ganz köstlich amüsiert. Und dennoch hat sich Vorne ganz köstlich amüsiert. Und dennoch hat sich Vorne ganz köstlich amüsiert. Und so aus dem Ankel, wo der Kind sie immer versteht, da hat ihn seine Atem ganz ohne Frischlau fest. Vor der halben Stunde hat sie auch wie vorliegen, da war der Verzicht der Morgen, künstlich amüsiert. Da war der Verzicht der Morgen, künstlich amüsiert. Und dann hat sie auch wie vorliegen, denn da hat sie voll künstlich amüsiert. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind heute zusammengekommen, um einen der Unsere zu graben, zu erhaben. Er kam aus Spandau hin nach Plankow. Er wollte nichts weiter als ein bisschen amüsuell, um sich zu erholen von der stressigen Abend in der Woche. Doch was war er, Trünzerei, keine Stolle, Schlägereien und so. Er wollte sterben, er hat sich überlebt. Er hat sich auf die Schiene der Kreisstadtbahn geliebt. Die Bahn hatte Verspätung und fünfzig Tage lang. Die Bahn hatte Verspätung und fünfzig Tage lang. Applaus